Und auch der Kaffee meiner Mutter. Er schmeckt nicht schlechter oder besser als früher. Einfach nur anders. Und dieses Anders lässt mich fast die Tränen in die Augen treiben. Hallo, ich bin der Hauser Solo. Das ist mein Daily Vlog. Viel Spaß mit meinem neuen Video. Hallo, heute ist wieder Vorlesetag, habe ich mir so überlegt. Und ich wollte euch heute eines meiner Lieblingsbücher vorstellen. Da habe ich damals auch schon eine Kritik dazu geschrieben auf meinem Blog. Und diese Kritik werde ich euch vorlesen. Das war, geschrieben habe ich das, nah an Ostern letztes Jahr. Los geht's. Kurut, eine persönliche Buchkritik. Leicht melancholisch setze ich mich in den Zug, der mich von meinem Osternfamilienbesuch im Süden zurück nach Berlin bringt. Dieser Besuch machte mir wieder einmal klar, dass wir alle älter werden und dass es nichts gibt, was immer so sein wird, wie es war, wie man es gewohnt war. Klar, meine Mutter kocht immer noch gut und mein Vater provoziert wie immer. Es mag wohl meine aktuelle Dünnhäutigkeit sein, die wahrscheinlich mit Stress auf Arbeit zu tun hat, die mich auf die Spitzen meines Vaters nicht so gelassen reagieren lässt, wie sonst. Und auch der Kaffee meiner Mutter, er schmeckt nicht schlechter oder besser als früher, einfach nur anders. Und dieses Anders lässt mich fast die Tränen in die Augen treiben. Jedenfalls am Bahnhof kaufte ich mir Kurut. Ein Buch, das ich schon lange lesen wollte und von dem ich wusste, dass es vielleicht nicht das beste Lesewerk für meine aktuelle Gefühlslage ist, aber manchmal. Und bitte entschuldigt nun vielleicht meine krasse, bildliche Wortwahl und das so kurz nach Ostern. Muss der Nagel noch etwas tiefer gerammt werden. Es muss noch mehr schmerzen, als es ohnehin schon tut. Ich hatte Glück. Ich fand in dem ziemlich überfüllten Flixzug einen recht guten Sitzplatz. Packte meine von Mama geschmierten Brezeln vor mich hin, die Flasche Wasser und Kurut. Nachdem sich die Aufregung um die verspätete Abfahrt gelegt hatte und alle Mitfahrer in meinem Abteil all ihr Gepäck verstaut und endlich saßen, begann ich zu lesen. Sarah Kuttner beschreibt ein Pärchenleben, heiter und froh mit alltäglichen Pärchenproblemen. So, dass man irgendwie Teil dieses Pärchens sein möchte. Es machte wirklich Spaß zu lesen. Ich wusste von vielen Buchkritiken, was ungefähr passieren wird. Wie es dann in Kurt passiert und beschrieben wird, nun, wie soll ich sagen, das ist anders. Es passiert unerwartet, ohne Vorbereitung, kurz und knackig, wenn ich das so sagen darf. Aber so ist das Leben und eben auch der Tod. Er kommt meistens ohne Vorbereitung und kurz und knackig, wenn ich bei dieser Wortwahl bleiben darf. Eine erste Träne will langsam aus meinem Auge entrinnen. Ich lege kurz das Buch weg, nehme einen Schluck Wasser, atme tief aus, nehme meine Brille ab und schaue aus dem Fenster. Das war hart. Natürlich lese ich aber weiter. Und Sarah Kuttner schafft es, von Verlust und Trauer zu schreiben, als wäre man selbst dabei. Jede Reaktion, jede Aktion, jeder Satz, der von den Protagonisten von sich gegeben wird, ist absolut nachvollziehbar und erinnert an eigene Verluste. Und das tut weh. Mein Sitznachbar schaut lustige Videos und bekommt einen Lachanfall, während mir die Tränen kommen. Ich schaue aus dem Fenster, muss klarkommen, muss Wasser trinken, muss weiterlesen. Tränen abgewischt, einmal die Nase hochgezogen und weiter geht's. Noch vor Wolfsburg bin ich fertig mit Kurt. Den Rest der Fahrt schaue ich nachdenklich aus dem Fenster. Vielen Dank, Sarah Kuttner, für die wahrscheinlich gefühlsduseligste Zugfahrt meines Lebens. Vielen Dank. Denkt dran, wascht euch die Hände, putzt euch die Nase und denkt dran, es kommt anders, wenn man denkt. Ich wünsche euch was. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017